hey Lars und willkommen zurück im pbm 172 ich spiele mit griechenland als captain und wir sind in runde 16 und die das oberste augenmerk gilt mambo kurt hat 52 punkte und jualladin hat 49 punkte er hat eine sozialpolitik eingeführt und wahrscheinlich war das die tradition die er aufgemacht hat wir gucken auf die kultur übersicht da können wir nämlich sehen wie viel kultur er hat und wir sehen er hat genau 15 kultur angesammelt das heißt er hat kein monument gebaut er hat nichts vorher gehabt er hat jetzt erst in runde 16 bzw bei ihm in runde 15 die erste sozialpolitik eingeführt wir sind drauf und dran stattdessen die nächste einzuführen nämlich dann den krieger kodex der dann kommende runde kommen soll so dass wir dann auch in der kommenden runde auch noch einen bautrupp kaufen können deshalb ist hier ein bisschen platz bisschen haarig wird in der hauptstadt die zu beschützen und deswegen ja der ursprüngliche plan hier wenn dort der gewählt der ist ich weiß ja schon dass er da nicht ist weil ich nämlich mit dem hier rüber gezogen habe so der ursprüngliche plan den schwer hier zu cashen hat sich in rauch aufgelöst weil dort der schwer nicht ist so also wieder zurück zum plan b der bogenschütze muss zurück in die heimat und wie macht er das am besten indem man diesen barbaren hier einmal weg ballert und dann über diesen weg hier zurück in die heimat kommt gleichzeitig der krieger muss auch zurück in die heimat das ist dann egal wo der schwer ist wir werden jetzt hier auf diesen hügel ziehen so dass wir hier möglichst schnell in die heimat zurückkehren können über diesen weg ich frage mich warum er den weg darum nimmt ich habe so irgendwie also man sieht also eigentlich könnte er geradeaus durchziehen aber warum zieht er den weg drumherum also der weiß schon irgendwas hier beim wege planung was ich noch nicht weiß als ziehen wir da mal hin aha da ist aber nichts so nicht den so und jetzt gucken ob die wege planung jetzt das richtig macht nein die wege planung will immer noch dass ich darum gehe und jetzt weiß ich auch warum die wege planung was anderes will weil die wege planung nämlich wusste dass hier ein schwer ist und damit ich schneller weg rumkomme geht er hier rum dann so dann so auch eine art trick wie man feststellen kann scheinbar wo einheiten sich befinden habe ich aber selbst nach drei jahren ist wie ich dieses spiel jetzt spiele noch nie wirklich gesehen oder ja wirklich realisiert also jetzt wissen wir auch wo der speer wieder ist damit können wir auch wieder die pläne über den haufen werfen aber eigentlich naja so wichtig ist das mit dem speer nicht es ist wichtig dass er 49 hat er sieht mich an der stelle übrigens nicht das heißt wenn er mich nicht sieht und er sein in die heimat bringen will dann bringt er ihn entweder so so weiter müssen wir erst mal auf dieses feld oder er bringt ihn auf dieses feld damit er so so vielleicht gehen will es ist auf jeden fall so dass er mich nicht sieht und wenn er wirklich in die heimat zurück will um sich dort zu heilen dann muss er jetzt nach hier oben ziehen alles andere wäre meiner meinung nach unrealistisch was er macht weil ja er weiß ja dass barbaren hier unten rum schwirren und er würde ja nur noch in mehr barbaren rein laufen sein ziel ist es ja den speer zu retten gut machen wir jetzt hier lieber weiter und sorgen dafür dass wir unseren barbaren hier drüben ein bisschen anschlagen so 38 das war wirklich ein sehr guter treffer damit ja nächste runde hoffentlich dann auch weg damit damit wir den barbaren hier auch loswerden und wir in aller ruhe hier runter ziehen können ich meine wir könnten auch hier hinten rum ziehen das wäre sicherlich auch noch sinnvoll je nachdem wo der dann steht können wir dann entsprechend wenn er zu uns bewegt können wir nach hinten gehen und dann so rum ziehen sollte alles gehen hauptsache wir kommen in paar runden daheim an land haben wir ja eine ganze menge da sehen wir dann wenn irgendwas kommt und behindernde gegenstände hier wie wald und hügel und hügel hügel haben wir ja auch genug und die barbaren haben sich bisher ja nicht auf mein gebiet vorgewagt machen wir mit dem speer hier unten weiter eine kleine anleitung wie der dann weiter zu ziehen ist also wir ziehen jetzt erstmal den so und dann ziehen man auf diesen wald gras land hügel was ich jetzt vor hatte war ich ziehe mit dem 12 also dahin in der nächsten runde gucke was da so ist ziehe dann womöglich 12 irgendwie so nochmal um dann entsprechend sagt sagt hier rüber zu ziehen und dann entsprechend hier zurückzuziehen so dass ich dann dieses ganze äckchen dieses äckchen hier in diesem bogen nicht den befehl geben man nicht dass er nächste runde macht also hauptsächlich für dass er dann in diesem bogen hier rum geht so möglichst ja ok und für die anderen zwei einheiten kleiner hinweis wie die ziehen sollen wie gesagt der hier sollte entweder hier rum oder hier rum dann in die heimat wenn er den barbaren killen kann soll er den noch mitnehmen sind immerhin acht kultur das ist eine runde und der hier möge bitte ja mal gucken also ich denke mal der könnte vielleicht den hier noch angreifen wobei er dann wahrscheinlich sogar eine heilung bekommt kann ich mir gut vorstellen den schicken wir dann auch in die heimat kommt wahrscheinlich darauf an wo er hin zieht sagt 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 so in die heimat um dann hier barbaren jagen zu können da habe ich wesentlich mehr von als wenn ich den speer weiter jagen so gut einstellungen was technologie betrifft wir haben nächste runde bronze verarbeitung und die nächste technologie darauf wird dann sein bogen schießen dann das rad dann fallen stellen und dann die reiterei so dass wir ganz schnell zur reiterei auch noch kommen und rechtzeitig auch unsere netten begleitkavalerien anfangen können die nämlich 14 stärken haben 14 plus 13 das sind wirklich sehr starke einheiten produktion müssten wir nächste runde einstellen eigentlich weil nach dem monument soll auf produktion weiter umgestellt bleiben ja das wird wahrscheinlich hier dieses kupfer genommen werden das kann dann auch da stehen bleiben wachstum haben wir dann glaube ich ohnehin genug an der stelle und viel mehr produktion kriegen wir dann auch nicht und wichtig ist auch dass wir das zwei geld kriegen danach dann die kann ich jetzt noch nicht einstellen sollen ein paar ja von den hoppliden eingestellt werden das ist soweit die runde einmal schnell noch auf die demografie schauen hat sich eigentlich nicht viel verändert und damit geben wir wieder ab und ich sage hellas